Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um Mehrfachvererbung. Mehrfachvererbung ist ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen, aber sie hat ihre Tücken. Und ich möchte euch heute beides zeigen, warum sie so cool ist und warum sie ihre Tücken hat. Ja, schauen wir uns einfach mal genauer an. So, also im Prinzip funktioniert das Ganze wie normale Vererbung auch, nur dass ihr von zwei Klassen erbt und nicht nur von einer Klasse. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Klasse. Sagen wir einfach mal, wir haben eine Klasse, was macht denn bei einem Hund noch Sinn? Eine Klasse Blindenführer. Blindenführer. So, da fehlt das eher. Okay, eine Klasse Blindenführer. Ja, ich kann nicht schreiben, egal. Auf jeden Fall, diese Klasse Blindenführer kann natürlich für Menschen und für Hunde zutreffen, denn es gibt Hunde, die Blindenführer sind und Menschen. Ja, aber wir haben gleichzeitig noch die Möglichkeit, dass wir hier ein Tier, also wir machen jetzt mal nur eine Klasse von Hunden, die tatsächlich auch alle Blindenführer sind. Wir haben sozusagen eine Schule von Hunden und diese Hunde sind alle Blindenführer. So, jetzt haben wir hier drin eine Funktion Public. Sagen wir einfach mal, Special Void Lead. Irgendwie sowas. Okay. Und diese Lead-Funktion, die macht im Moment einfach gar nichts, außer auszugeben, follow me oder sowas. Gut. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir sagen einfach dem Hund, hey Hund, du erbst von beiden Klassen. So funktioniert das einfach. Wir machen einen Kommandant hintendran, hinter die erste Vererbung und sagen, Public Blindenführer. Genau. So. Und das war es auch schon. Jetzt haben wir quasi schon mehrfach Vererbungen gemacht. Jetzt haben wir natürlich eine sinnvolle Klasse für Blindenführer. Wir haben eine sinnvolle Klasse für Tiere. Die machen beide Sinn. und wir sagen, okay, wir haben jetzt Hunde, die sowohl Tiere sind, als auch Blindenführer, als auch nochmal separat Hunde. Okay, so und jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ich kann sagen, Achtung, nicht über ABC, wenn ich das Ganze in ein Tier caste, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, auf die Funktion Lead zuzugreifen. Das hatten wir im letzten Video gesehen, dass ich da auf die, wie macht das Tier, immer noch zugreifen kann und die dynamische Bindung sogar hinbekomme. Aber ich kann nicht mehr auf die Funktion Lead zugreifen, denn ein Tier ist nicht zwangsläufig ein Blindenführer. Das bedeutet, diese Lead-Funktion, die fällt weg. Aber wenn ich meinen Hund ganz normal habe, meinen Ace, dann kann ich da ganz normal drauf zugreifen, Ace.Lead. So, und jetzt finden wir das einfach mal aus. Ja, ich habe schon wieder das Semikolon vergessen, das ist echt eine furchtbare Sache, ein C++, muss man immer dran denken. Ich komme von Java und da braucht man das nicht hintendran, deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig, da reinzufinden, jedes Mal wieder von neuem, egal. Auf jeden Fall, Follow Me wird ausgegeben. Wunderbar. So soll das natürlich auch sein. Jetzt, so funktioniert Mehrfachvererbung, das ist eigentlich auch schon alles. Wenn ihr jetzt aber abschaltet, dann verpasst ihr womöglich eine große Fehlerquelle in eurem Code. Und zwar, wenn wir jetzt hier rein zufällig, und ihr glaubt nicht, wie oft es tatsächlich in der Praxis vorkommt, das kann passieren. Und ihr müsst wissen, wie ihr damit umgeht. Wenn wir hier eine Virtual Void Lead drin haben, das mag jetzt in dem Fall etwas abstrakt wirken, aber denkt nur an eine grafische Benutzeroberfläche, da habt ihr eine Methode Show und eine andere Methode Show. Und ihr wollt von beiden Dingern erben, dann habt ihr ein Problem. Das heißt, wenn ihr in zwei Klassen, von denen ihr beiden erbt, dieselbe Methode drin habt, dann passiert was Furchtbares. Ich zeige es euch einfach mal. See out. Follow me, please. So. Und wenn ich das jetzt aufrufe, dann kriege ich einen Fehler. Denn, ja, wir haben hier eine Ambiguous-Methode. Ambiguous heißt, wir wissen nicht welche. Wir erben von beiden Klassen, sprich, mein Hund ist ein Blindenführer und mein Hund ist ein Tier und ich rufe auf meinem Hund die Funktion Lead auf. Naja, was für eine Funktion soll jetzt hier aufgerufen werden? Es kann sich einfach nicht entscheiden, rufe ich jetzt dieses Lead auf oder rufe ich dieses Lead auf. Das macht ja auch keinen Sinn. Also ich meine, in unserem Fall ist es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es passiert wirklich häufig, wenn ich eine Show-Funktion in der grafischen Oberfläche habe, wie gesagt, zum Beispiel. So. Was ich dann auf jeden Fall machen muss, ist, ich muss diese Funktion überschreiben. Wenn ich das so unbedingt brauche und es nicht anders ändern kann, also sagen wir mal, ihr arbeitet im Team und das muss auf jeden Fall in der Klasse Tier sein und das muss auf jeden Fall in der Klasse Blindenführer sein, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als diese Funktionen zu überschreiben. Und dann müsst ihr folgendes machen, ihr sagt hier einfach, okay, ich habe eine Void und die nennt sich Lead in meiner Klasse Hund und was ich jetzt hier drin mache, ist im Prinzip fast egal, ich will halt nur Follow... Äh, Wuff. Follow, Wuff. Okay. Und wenn ich das jetzt wieder ausführe, dann funktioniert das Ganze wieder. Was wir jetzt gerade beseitigt haben, das hat auch einen Namen, das nennt sich Diamantenproblem. Warum Diamant? Naja, schauen wir uns das einfach mal an. Ähm, ich male mal gerade ein bisschen dazu. So, ähm, wir haben die Klasse 1 in unserem Fall Tier und die Klasse 2 in unserem Fall Blindenführer. Wir erben von beiden Klassen, das heißt, wir können hier sozusagen so eine Abhängigkeit darstellen und hier haben wir unsere Klasse Hund drin. So, und jetzt... Naja, gut, im Prinzip ist es nicht das offizielle Diamantenproblem, aber man kann es so bezeichnen. Wir wissen einfach nicht, welche von diesen beiden Klassen wir hochgehen sollen. Also sollen wir hier hochgehen oder sollen wir hier hochgehen, wenn wir jetzt hier einfach diese eine Funktion aufrufen. Wenn wir jetzt aber das Ganze so getrickst machen, dass wir egal von wo sie kommt, diese Methode verschatten. Also wir haben ja von hier eine Methode Lead und von hier haben wir auch eine Methode Lead. Wenn wir jetzt hier drin sagen, okay, ihr seid beide überflüssige Funktionen, den Rest von euch nehme ich, aber diese eine Funktion, die es doppelt gibt, die überschreibe ich hier einfach, dann kommt der Call und wenn der Call kommt, dann kommt er halt und ich möchte hier drin die Lead-Funktion aufrufen und was passiert ist, ich rufe einfach dieses Lead von hier auf und ihr müsst jetzt entschuldigen, ich mache das gerade mit der Maus, das ist gar nicht so einfach. Das Lead von hier wird aufgerufen, das Lead von hier ist überschattet, das Lead von hier ist auch überschattet, das heißt, ich habe nur eine Möglichkeit, nämlich ich rufe das Lead hier auf und schon haben wir keine Mehrdeutigkeiten mehr und ich kann das Ding schließen, ohne zu speichern. Wunderbar. So löst ihr das ganze Problem und ja, so würde ich eigentlich immer mit Mehrfachvererbung umgehen. Wenn ihr könnt, wäre es eindeutig besser zu sagen, ich brauche nur jede Funktion einmal, also hier kommt es tatsächlich auf den Namen drauf an. Wenn ich jetzt hier ein Lead 2 habe, dann brauche ich diese Funktion Lead hier nicht zu überschreiben, dann ist es nämlich wieder eindeutig, dann ist Follow Me aus der Blindenführer-Klasse, wohingegen, wenn ich hier unten Lead 2 eingebe, dann kommt ein Follow Me Please. So, genau, also eindeutig aus der Klasse Tier. Also wenn ihr könnt, dann versucht immer, die Namen möglichst eindeutig zu halten und dadurch entstehen leider, also wenn ihr mal irgendwie, keine Ahnung, in Android mal reingeguckt habt, da entstehen dann wirklich teilweise Namen, die sind länger als man aussprechen kann, weit länger als man aussprechen kann und länger als man tippen möchte, deutlich länger, aber dadurch umgeht man eben solche Dinger hier zum Beispiel auch unter anderem und man hat eine gewisse Eindeutigkeit und weiß, wo die Dinger herkommen, aber das ist Nebensache. Okay, das zu mehrfachvererbung, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!